Sie stehen barfuß mit Blick zur Wand auf einem harten Boden ohne Gymnastikmatte. Ihre Füße befinden sich zwei Fußlängen entfernt von der Wand. Machen Sie mit Ihrem rechten Bein einen Schritt nach vorne, sodass die Zehen Ihres rechten Fußes die Wand berühren. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, beträgt der Abstand zwischen Ihrer rechten Ferse und Ihren linken Zehen jetzt eine Fußlänge. Drehen Sie Ihren linken Fuß nun so weit nach innen, dass die Außenkante Ihres linken Fußes senkrecht zur Wand steht. Legen Sie nun Ihre verschränkten Unterarme gegen die Wand und lehnen Sie Ihren Kopf mit der Stirn gegen die Unterarme. Halten Sie Ihr Becken parallel zur Wand. Ohne mit Ihrer linken Fußsohle auf dem Boden zu verrutschen, drehen Sie schließlich Ihr linkes Knie so weit wie möglich nach außen. Wenn Sie dies richtig machen, hebt sich der Innenrand Ihres linken Fußes, während das Gewicht auf die Außenkante des Fußes verlagert wird. Die Außenkante Ihres linken Fußes steht dabei weiterhin senkrecht zur Wand. Können Sie unter Beibehaltung dieser Grundhaltung ohne Schmerz und ohne Spannung im Bereich Ihrer linken Wade Ihr linkes Knie ganz durchgestreckt halten und dabei Ihr Gewicht ohne Abheben der Ferse unverändert auf der Außenkante Ihres linken Fußes lassen, während Sie Ihr rechtes Knie so weit nach vorne schieben, bis es die Wand berührt?